Hach, wie niedlich ist das denn? Das ungefähr sind so meine Gedanken nach Ende der ersten Folge von Odomonogatari, ein Shoujo-Anime aus dem Hause Madhouse jetzt in der Frühlingssaison und nachdem ich immer viel Gutes vom Manga gehört habe, bin ich doch mit recht hohen Erwartungen jetzt im Vorfeld, unmittelbar im Vorfeld, drangegangen an die Serie und ich muss sagen, die erste Folge hat mir durchaus gut gefallen. Ich bin sofort in die ganzen Charaktere in Takeo und seinen besten Kumpel und die Dame Yamada-san heißt sie, glaube ich, ich weiß noch nicht, wie sie mit Vornamen heißt, ich glaube Rinko oder sowas habe ich gelesen. Die drei sind mir auf jeden Fall auf Anhieb sympathisch, insbesondere unser großer, beheeriger Hauptprotagonist, den wir hier haben und die ganze Comedy und dergleichen hat mich oft zum Schmunzeln gebracht, die Folge und auf jeden Fall so sehr herzerwärmende Gefühle ausgelöst. Deswegen habe ich sehr genossen, sie zu schauen, habe aber allerdings zwei große Sorgen, was das Ganze angeht und wer eventuell meine früheren schriftlichen Reviews kennt oder mein Anime Jahresrückblick 2014 und dergleichen verfolgt hat, wird wissen, dass ich mit einer Sache immer recht große Probleme habe. Das sind Dreiecksbeziehungen und die rieche ich bei diesem Anime in der ersten Folge zehn Meilen gegen den Wind und diese Dreiecksbeziehungen eben nur dann, wenn sie gut gehandelt sind, wie zum Beispiel es bei Aoharaido der Fall war. Dann kann ich durchaus gut damit leben, aber ich weiß es bei Odomono Gattali noch nicht gut einzuschätzen. Eben da der Manga so gut bewertet ist, hoffe ich, gut ist auch für einen weiteren Verlauf entsprechend vom Anime. Und die zweite Gefahr, die ich noch ein bisschen sehe, ist, dass dieses ganze Missverständnis, was hier in der ersten Folge scheinbar, und ich hoffe es allerdings nicht, aber scheinbar zementiert wird, nämlich, dass unser großer Bär versucht, seinen besten Kumpel Tsuna oder wie er heißt, zu verkuppeln mit Yamada, mit dem kleinen Mädchen, obwohl es eigentlich recht offensichtlich ist, dass sie an ihm, also dem großen Kerl an Takeo, ich hoffe, ich hoffe, ich habe den Namen richtig, an ihm interessiert ist entsprechend. Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich früher bei Kimi ni Todoke gestört hat, wenn es so viele Episoden und sehr lange gedauert hat, so Missverständnisse dann endlich aufzudröseln und aufzulösen. Und ja, also wenn, das sind zwei Probleme, die ich einfach noch sehe bei der ganzen Serie, deswegen ich so mit leicht gemischten Gefühlen letztendlich doch noch aus dieser Folge rausgehe und sie so mit 5 bis 6 bewerten würde. Optisch gefällt sie mir sehr gut, die Charakterdesigns von Animationen her ist für Madhouse-Verhältnisse, denke ich, noch ein bisschen mehr drin, da lasse ich mich in den nächsten Folgen noch gern überraschen. Mir gefällt auch immer diese Einblendungen von den Gedanken, wie man es eigentlich so sonst aus dem Manga-Style kennt von den Leuten, das gefällt mir ganz gut, so die ganzen, ja, zum Teil Chibi-Comedy-Momente und dergleichen, auf jeden Fall cool umgesetzt. Die Musik ist bis jetzt angenehm, aber nichts groß herausstechendes, aber wer weiß, das kann sich in den nächsten Folgen noch ändern. Ich werde die Serie auf jeden Fall weiter verfolgen und hoffe, dass sich meine Befürchtungen nicht bestätigen und dass das Ende so vorhersehbar sein könnte, wie ich es mir momentan denke. Nämlich, dass es jetzt folgenlang weitergeht, damit das Takeo versucht, ja, seinen besten Kumpel mit dem Mädel zu verkuppeln und dann erst mit zwei Folgen, großem Drama in den letzten beiden Folgen endlich aufgelöst wird, dass sie eigentlich in Takeo, den großen Kerl, verknallt ist und nicht in seinen besten Kumpel. Ich hoffe, dass es nicht diese recht klischeehafte Standardroute nimmt, sondern dass mich da die Serie mit einer etwas originelleren Liebes-Romance-Story und ein paar Twists hier und da doch überrascht oder falls es doch in der Klischee-Route ist, dann zumindest mit einem gewissen Charakter-Development und auch mit viel Humor, viel Witz und Comedy mich bei Stange halten kann. Eben jetzt die weiteren Folgen. Und tja, deswegen also wie gesagt 5 bis 6 von 10 Punkten ungefähr für diese erste Folge. Bin gespannt aufs weitere. Und das war's, denke ich, jetzt für diesen Ersteindruck von Odo Monogatari. Danke fürs Zuschauen und ich sage Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.